So, guten Abend liebe Freunde, wieder mal ein Part von RestartTogether mit dem Chris. Hier, ich bin auch mit am Start und ja, wir haben uns heute, wie ihr schon unschwer sehen könnt, sehr viele Leute eingeladen. Das heißt Bodenangriff. Bodenkrieg. Boden. Ja, und wir gucken heute mal, was wir da reißen können. Ganz genau. Oh, hier gleich, oh, melden. Team Deathmatch fängt das schon mal ranzig an. Ist irgendwie so ein Modus, den mag ich überhaupt nicht. Team Deathmatch? Ja, da gefällt mir irgendwie gar nicht so, bei Bodenangriff vor allem. Da bin ich lieber Herrschaft oder Stellung oder, gibt es Stellung überhaupt im Bodenangriff? Ja, bei Bodenangriff, nee, Bodenangriff, Stellung gibt es nicht. Ja. Das ist, ich glaube, das ist gar nicht möglich mit so vielen Leuten, ey, das wäre ja richtig krass. Stell dir das mal vor, Bodenangriff mit so vielen Leuten. Da habe ich mich jetzt noch ein bisschen auf beschäftigt, habe ich schon. Ich habe gerade gemerkt, ich habe, ähm, scheiße, ich habe... Einen kleinen Penis, aha. Ja, das habe ich auch gemerkt. Nee. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Dann war es nicht wichtig. Genau, ich wollte sagen, das wollte ich sagen, genau. Chris und ich haben ausgemacht, dass wir uns eine Grenze setzen. Und zwar, ähm, derjenige, ich weiß nicht, ob wir das machen können, aber wir sagen es einfach. Versuchen wir es mal. Vielleicht hast du Bock darauf. Derjenige, der jetzt in den nächsten, also in der heutigen Session, weiß nicht wie viele Episoden, wir nehmen ja meistens so eine Stunde auf, ähm, das 50 plus schafft. Der Verlierer muss, ähm, in Unterhose das nächste Fitness-Video machen. Ja. Traust du dich das? Ja, mir ist das egal halt. Wenn aber die ganzen Mädels auf YouTube heiß. Ja, weiß ich nicht. Wir haben erst gesagt, wer der Erste ist, der 50 plus schafft, kriegt, ähm, 800 Microsoft Points. Aber, naja. Also von dem her denke ich, das ist ganz cool. Aber, müssen wir mal gucken. Aber ich finde 50 Kölz im Bodenangriff oder in der Herrschaft, das ist halt jetzt nicht die Welt, oder? Naja, in Bodenangriff jetzt nicht. Also Bodenangriff hätte ich gesagt 100 plus. Ähm, aber halt, ähm, hier von wegen in, in, in normalen Herrschaft 50 plus. Wir müssen uns ja, wir müssen uns ja steigern. Also wir sollten schon eine kleine Steigerung drin haben. Okay, ja, bin ich dabei, würde ich mal sagen. Machen wir das mit dem, mit der Unterhose ist vielleicht ein bisschen blöd, weil bei uns gucken ja die Arbeitgeber vielleicht auch unsere Videos. Ist egal. Sollten, sollten wir vielleicht, sollten wir, okay, okay, Chris ist dabei, ich, ich hab da eigentlich weniger Bock drauf. Ich würd's, ich, ich würd's auch nackt machen, wenn ihr wollt. Jawoll, da geht's, da geht's, da geht's. Colorica! Da geht's auch, liebe Freunde. Nein. So, dann checken wir das jetzt hier mal ab, äh, was wir hier so bereisen können. Fick, 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 fuck. Schickidi, schickidi, schickidi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Bodenangriff oder Bodenkrieg ist eigentlich so der Modus, den ich absolut hasse in dem Spiel, weil hier hab ich das... Ja, vor allem, weil die Verbindung halt so ganz wichtig ist, oder? Ja, hier, ich hab das Gefühl, hier kann man, egal was man hier für Internet hat, das ist immer scheiße. Und... Jetzt gucken wir mal. Immer ne schlechte Verbindung. Aber du kannst hier halt auch echt was reißen. Ja. Na? Ja, ja. Das ist halt das. Was, was, was versuchst du im Bodenangriff eigentlich immer zu vermeiden? Ähm... Ich versuch irgendwie zu vermeiden, dass ich direkt rausgehe. Also wie direkt rausgehe? Ja, direkt in den Spawn von denen und dann reinrush. Okay. Und dann einfach so... Weil du siehst ja auf der Karte, wo so viele sind. Das versuch ich eigentlich so weitestgehend zu meiden. So, mal gucken, ob wir beim Bodenangriff irgendwie in den Multi reißen können. Also ich hab eben schon... Das wär nicht irgendwie cool. Ich hab eben schon Triple gerissen. Und dann krieg ich einen Headshot. Du Arschloch. Ja, tut mir leid. Ah. Naja. Ich muss ehrlich sagen... Man muss es ja nicht übertreiben. Ich komm grad aus der Arbeit. Bin ein bisschen aufgeladen. Nach elf Stunden... Aufgeladen. Nach elf Stunden... Gequäle. Weil meine Kollegen zum Teil im Urlaub sind. Die anderen sind zum Teil im Urlaub. Die anderen sind krank. Und ach... Komm her, du Arschloch. Ey, ich glaub, du willst mich... Du musst die ganzen Schichten übernehmen, oder? Jaja, das ist echt für den Arsch. Leute, freut euch, solange ihr in der Schule seid. Ist echt das chilligste Leben. Sucht euch irgendwo so einen Minijob, Alter. Wo ihr hier irgendwo Regale auffüllt, Mann. Und seid ihr die Kings. Wenn ihr ein paar Euros verdient. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Der eine schießt auf ihn und ich verreck, ey. Das ist doch zum Kotzen, Mann. Ohne Aufwärmen, ey. Ah, Mann. Call Me Lowbob heißt der. Auch ein sehr geiler Name. Der hat mich eben zweimal geholt. Oh. Ich glaube aber, dass der ein bisschen leckt, der Kollege. Der leckt wie Mutters Fotze. Ja, ja, ja. Nicht so viel Kale-Wörter hier bei unseren Zuschauern. Ich hole. Oh, der erste Orbi. Gibt's halt... Oh, hier, hier, komm mal weg. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ich deb gucke natürlich wieder mal nicht auf den Orbital, sondern gucke lieber auf meine Muschi, Alter. Depp, ey. Ich traue mich hier gar nicht. Krasses Ding, Alter. Ich traue mich hier gar nicht rauszugehen. Ja, dieser Call Me Lowbob, der frisst schon ganz schön hier, ey. Muss ich schon mal erwähnen. Sag ich ja, manche Leute, die schlucken echt richtig krass. So, liebe Freunde. Was versuchen wir denn eigentlich? Die meisten, wenn ich mir so diese Road to Commanders angucke, da muss ich immer sagen, ich finde es immer langweilig, diese anzugucken, weil halt nichts passiert und auch nicht so richtig Action abgeht. Deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass wir bei uns ein bisschen labern. Okay. Ich habe jetzt wieder keine Muni. Jetzt laufen wir um die B23R rum. Komm. Oh, der hat nur eine automatische Schroppfände. Geil. Okay, Brasenlöcher. Ei, ei, ei. So, jetzt gucken wir mal, ob mein Helikopter weg abgeht. Komm, Heli, gib's mir, Baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Give it to me, Heli. Aha, aha. Give it to me, Heli. Aha, aha. Stealth Chopper, da kommt er. So. So. So, komm, let's go. Naja, ich habe leider nur One, One Kiai A bekommen. Weißt du eigentlich, was Kiai A heißt, was er da immer sagt? Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das heißt, Killed in Action. Okay. So, man kann sich eigentlich relativ geil bewegen, wenn wir, wir halten gerade alle drei Flaggen, oder? Kann das sein? Ja. Ja, wir haben wieder ein Triple Cap gemacht. Und drehen Spawntrappen halt. Richtig. Das ist heftig, muss man schon mal sagen. Also in Domination zu Spawntrappen, Prost Mahlzeit. Das ist natürlich nicht schlecht. So, ich warte jetzt nochmal. Ich habe auch einen Tarn-Heli. Wenn wir jetzt auch raushauen. Ich brauche jetzt hier irgendwie... Ja, dann hau mal raus, dein Tarn-Heli. So. Weil ich habe nämlich auch noch einen. Dann teilen wir uns die ein bisschen, sozusagen. Oh, nein. Der kriegt mich, während ich schon weg war. Das nervt mich ja. Ich glaube, die spawnen jetzt B in der Mitte. Ja, B, 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 B in der Mitte. B, 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 B. In der Disse. In der Disse. Go, Po, go. Nein, das ist schulig. Wo sind sie denn alle? Da sind sie doch. Ich glaube, die haben Angst, äh. So. So, ich gehe jetzt mal... Gehen wir mal durch hier. Jetzt gehen sie alle wieder auf... Äh. Auf A wollte ich schon sagen. Ja. Ach ja. Irgendwie ist das hier ein bisschen low als... We're winning this fight. Oh, oh. So, dann hauen wir mal einen Lightning Strike raus. Ah, das ist blöd, Mann. Die sind nämlich alle nicht außen. Sondern die sind alle in der Disco. Alle in der Disco. Oh, ich habe nur noch neun Kugeln. Ja, ich... Es ist scheiße ohne Plünderer. Oh, ich habe einen Stuck bekommen. Krass, den habe ich gar nicht gesehen, den Stuck. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann noch... Den Stuck haben wir... Wir müssen auf jeden Fall mal sprechen. Was? Triple Cap ist echt scheiße. Ich habe noch zwei Tarnhillies gehabt. Der eine hat den anderen überschrieben. Oh, Mann. Ja, aber schau, wir nehmen uns irgendein... Sie sagt, 50 Kills ist echt schwierig zu schaffen, wenn du mit so vielen Leuten spielst, die alle auf Scores spielen. Ja. Das ist ja das. Naja, hier wissen halt die Jabos nicht, wer da cool ist. Oh, Mann, Alter. Geh in meinen Kofferraum. Ja, ja.